mann ich renne wieder hirnlos nach vorne los geht die welt zugrunde aber ich muss ja nach vorne ich kann auch von hinten kommen von hier aus hier auch der meinung aus bewegung das hier manchmal kurz ist diese kurze stehenbleibphase wird mich immer interessieren das soll also schon alle hinter dem her wie ein blöder na jetzt darf ich nicht mehr ich bin mit der scheiße hier hatte ich doch eben schon entschärft wo ist der stinkenpanzer ich bin nicht getroffen gibt es sind um die ecke gefahren dann ab los rest mich ihr hunde ich will wieder an mein geschütz fress mich kina frechheit schwere einheit raus kommen nämlich machen jetzt ärger okay ich will so mein schild angeworfen level 100 damit richtig weh tut die haben das scheiß A wieder zurückgeholen gibt es denn das das ist Soll ich anlegen kann, bin ich schon platt. Leider. Hier ist jetzt, schaffen wir doch nicht mehr. Ich hätte gedacht, das kriegen wir noch, aber... Ach, den Machtrausch könnt ihr euch in den allerwertesten stecken. Hier sind sie auch, wow. Gehen wir mal hier rein. Feindlicher Spion, feindliche Spion. Feindlicher Ingenieur im Einsatzgebiet. Los, Klingeinwarn. Ja, wo muss man denn da sein? Durch einen Meter rausgelaufen war das schon. Feindlichen Lightning-Panzer gesichtet. Gehen wir mal hier rein. Ich gehe schon, ich gehe schon. Eigene Mann, ich wette, eigene Mann. Ne. Unwahrscheinlich, manchmal. Boah, na komm mal, welche Anjag. Ja, wie komme ich dahinter? Komme ich hier noch raus? Ja, jetzt komme ich dann nicht mehr raus. Ich versuche es nochmal, ich bin hier geduldig. Und hier oben? Kommt leider auch schon zu viel dickes Zeug an. Oh je, die Masse. Hier werde ich nicht lange überleben. Da hinten sind die Panzer und so weiter. Keine Schritte. Viel zu viele. Viel zu viele. Hm. Ja, ich würde sagen, das war es hier. Aber reichlich. Ist ja beendet. Oder ich könnte ja nochmal verdammten Max holen. Wenn ich so viele Punkte habe. Guck mal her. Max. Er Max. Jetzt Ausrüst, komm her. Die Sau. Nein, hier. Temperaturen, brauchen Reparaturen. Keine Reparaturen. Die Sacknase, Platz. So, danke. Wo sind die Typen da weg? Komm her, du Ratte. Jawohl, ja. So. So sind die sechs Lufteinheiten. Die haben die alle verpisst, ne? Ich meine alle. So. 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 die alle schön reparaturen danke da komme ich offen gar kein thema leiden aber weg tank ausrüsten ja ja und du? Nein, rettet mich! Sehr gut ... Verdammt Macht das Schwein alle Der hat gar keinen Turm Manche Dinge sind echt komisch Komm, resten mich doch Oh ne, resten mich hier keiner mehr Okay Leute, ich würde sagen, da war mehr als genug Hier in der Ecke Haben wir ein paar Stationchen weggeräumt War ganz nett mal wieder auf Emmerich Aber das hier ist leider zu viel Schaffen mit den paar Männchen mehr In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal Aube die Erde, tschüss Aube die Erde, tschüss